über den nächsten Mann kann ich folgende Geschichte erzählen das ist wahrscheinlich der vernünftigste Mensch der Welt ihr wisst ja vielleicht so heiraten das finden die meisten Menschen heutzutage scheiße er eigentlich auch deswegen hat er sich gesagt wenn ich dann eines Tages mal heiraten werde dann lasse ich mich von der dafür völlig ungeeignetsten Person verheiraten damit ich auch weiß dass das sicher Bestand hat wenn ich es trotzdem tue ich habe ihn verheiratet bitte klatscht auf die Bühne und er ist noch verheiratet gebt ihm trotzdem Applaus auf dieser Bühne Atom Meiler Hallo ja vor etwa gefühlten zehn Jahren bin ich das letzte Mal auf so einer Bühne gestanden und dass es euch hier immer noch gibt das ist einfach super geil und dass wir hier oben stehen dürfen und unseren Scheiß noch anhört ist einfach das Größte und es macht mich glücklich hier zu sein das interessiert aber natürlich keinen und deshalb was mit Gehalt Erotik Nein Mag ich nicht Ich mag sie nicht Die Erotik Nein Die Erotik mag ich nicht weil sie stets vorlockt und noch Gutes uns verspricht und dann gleich mit Hochgenuss ihr Versprechen bricht Ich mag sie nicht Die Erotik Nein Die Erotik mag ich nicht Vielmehr um nicht zu sagen sie ist mir recht zuwider denn sie verhöhnt doch unsere Eins als per se zu bieder nur weil wir nicht im Sonnenschein unter einem Flieder uns in Grase wälzen verhöhnt nur durch ein Mieder als ob gerade dieses Gras gewälzt und als ob gerade dies uns weiter bricht in unserer Menschheit streben als ob gerade nur das Gras gewälzt uns helft beim Überleben als ob gerade dies der Quell sei woraus das Glück entspricht als ob wir es nicht wüssten dass sie es uns vermisst das Leben in Ruhe und trauter Platonie wo der Geist Entwicklung findet nicht die Onanie wo der Verstand das Zepter schwingt und nicht vegetiert wo das Gehirn durchblutet bleibt und nicht penetriert Ich mag sie nicht Die Erotik Nein Die Erotik mag ich nicht weil sie stets vorlockt und noch Gutes uns verspricht und dann gleich mit Hochgenuss ihr Versprechen bricht Ich mag sie nicht Die Erotik Nein Die Erotik mag ich nicht Zum Beispiel in der Werbung Die Vor Erotik stotzt Nur weil der Durchschnittskonsument gerne sowas kotzt Da wird sogar für Nassrasur am Frauenbein geworben sodass man meint man sei Muslim im Himmel und gestorben Frauen ohne Ende schwenken für Shampoo das Haar werden nur durch Joghurtriegel schnell einmal zum Beauty Star räcken sich um Parfümflaschen und waschen nur mit Pril Schalt doch diesen Kasten aus das wird mir jetzt zu viel Schnell zum Laden und hinein das will ich alles auch ich sprühe mich ein mit Deo bis hin ab zum Bauch Wo sind sie nun die Nymphen Vom Dufte angezogen Hat mich die Erotik etwa gar belogen Ich mag sie nicht die Erotik Nein Die Erotik mag ich nicht weil sie stets vor Lock und auch gut dass sie uns verspricht und dann gleich mit Hochgenuss ihr Versprechen bricht Ich mag sie nicht die Erotik Nein Die Erotik mag ich nicht In ihrer perfiden Logik schreitet sie voran und legt um alles und jeden ihren üblen Bann So zieht sie wie ein Strudel einem in die Tiefe als ob man sehenden Auges in den Hammer liefe Da gehe ich nichts Böses denken durch mein schönes Leben bis dass sie diese glitzekleinen Zufälle ergeben zu mir nichts, dir nichts und ungefragt steht von mir nun diese Frau Wo der Verstand nicht mehr hervorbringt als ein dummes Wow Nur einzig Ehe zu folgen Er einzig noch befiehlt bevor er sich durch Standby aus dem Misere stiehlt und plötzlich herrschen Triebe geballt gerade wie im Zoo Es stellt sich ein Der Tunnelblick Zielort Pulse Depot Der Speichelfluss erhöht sich bis an die Höchststandmarke Der Keller überflutet wo ich das Denken parke Der Pulse errast wie Vettel den Formel 1 Piloten was an sich noch kein Problem ist doch innerorts verboten Die Knie werden matschig Das gehen zur Tortur Die gut trainierte Haltung Hängt an der Seidenschnur Und dann gleich mit Hochgenuss Ihr Versprechen bricht Ich mag sie nicht Der Rotik Nein Der Rotik mag ich nicht Und klappt es schließlich doch Ui Und geht dann Hand in Hand Dann ist die Situation erst recht außer Rand und Band Dann will die mit nach Hause Nur der Rotik Haus zu tragen Haus zu tragen Ich mag sie nicht Die Rotik Nein Die Rotik mag ich nicht Weil sie stets verlockt Und ein Gutes uns verspricht Und dann gleich mit Hochgenuss ihr Versprechen bricht Ich mag sie nicht Die Rotik Nein Die Rotik mag ich nicht Der Mensch ist nicht geschaffen für die Rotik und dergleichen Sie produziert nur Missgeschicke stellt die falschen Weichen Darum sage ich mich denn los Und überspringe gerade die Plagen Und komme direkt zum Ziel Ein Hund Drei Kinder Und ein Wagen Aus Winterthur Ratto Meiler Ach Gott Drei Kinder